Ja? Ja hallo, hier ist der Jim von der Werbeagentur. Ich hätte da noch ein paar Ideen für den geplanten Imagefilm. Hm, okay. Am besten wir zeigen, dass man in ihrem Studiengang unter optimalen Bedingungen studieren kann. Hm, das kann man doch, oder? Ähm, na ja. Ja okay, dann zeigen wir das lieber nicht, aber wenigstens ein schöner, sauberer Hörsaal. Der kommt doch immer gut an. Hm, na ja. Aber wir sind ja auch während der Studienzeit im Feld. Das ist doch gut, dann sagen wir, dass die Studenten die nahe Umgebung durch das Studium kennenlernen können. Hm, na ja, das können sie aber... Okay, stopp, stopp, stopp. Aber wie wäre es denn damit? Wir zeigen, wie international und offen ihr Studiengang ist. Tja... Das sind wir. Aber auf jeden Fall steht die Forschung im Vordergrund. Okay, okay, sie sind ja eine alte, ehrwürdige Universität. Mit Instituten, mit langer Tradition. Dann rücken wir das in den Vordergrund. Hm, na ja. Okay, ich habe schon verstanden. Hm, dann zeigen wir eben, dass man bei Ihnen auch die kleinsten Sachen erforschen kann. Hm, das ist auch richtig. Aber wir haben doch einige der weltweit größten Experimente hier in Jena. Und auf eines dieser vielen Sachen muss man sich dann im Studiengang spezialisieren? Nun ja, eigentlich nicht. Aber ein Masterstudiengang mit hohem Praxisanteil, in modernisierten historischen Gebäuden und ohne festgeschriebene Spezialisierung. Wo gibt es das denn? Ja, bei uns in Jena. Im Jena. Im Jena! Vielen Dank.